wir machen ein Tipps und Tricks Video ich weiß nicht was wir machen Sports erklärt mir und ich muss es nachmachen also kann hilfreich und bisschen witziges Video werden guck mir mal was das wird und schreibt mal in die Kommentare ob man jetzt noch mal eine Playstation hört weil ich höreste nicht he he ich höreste auch nicht mehr die alle, eigentlich alles was gebaut wird was ich jetzt hier vorstellereich hätte müsste mit Metall gebaut sein werden gehen wir zum alten verfluchten Ort oder? ja muss ich Team wechseln ähm kannst du er wird gekickt Leute bester Fail er wird einfach gekickt ja dann sehen wir uns gleich wieder nimmst du die Größe von gerade eben oder machst du eine neue? von gerade eben du nimmst es rein wo ich gekickt wurde ne ne mach ich schon nicht also ja als erstes bauen wir hier eine Pyramide machen wir ja das werde ich dir nicht selbst äh dann machen ja ja ich zeig's dir zuerst wieso? Digga den kennt jeder ey was kennt jeder den hier kann ich jetzt hier alles sehen ist alles unsichtbar dann mach ich ihnen jetzt einfach mal nach du musst dann die obere Pyramide voll und ganz alles editieren dann ist es durchsichtig dann kannst du hier schön schauen die neue Steuerung Digga ich schwör wow ja okay zeig den zweiten Trick ja ja den kennt jeder Junge ich kenn den wirklich jeder Junge mit dem neuen editieren Alter ich komm gar nicht klar Junge ja okay das dachte ich mir irgendwie schön was zu denken Hallo ist trotzdem ein Trickreicher und jetzt kann man da durchballern am besten mit Stein am besten mit Stein mit Stein am engsten äh das ist ne Tür dann ist es enger es ist kein Fenster ne Tür noch nicht hier was das ist ein anderer Trick keine Ahnung äh mich würde es sehr wundern wenn du den jetzt nicht machst mit dem da oben durch den kleinen Schlitz schicken ja Kann man natürlich alles auf der anderen Seite auch machen. Ja, okay, dann zeigen sie mal Trick 4. Yo! Ich mag dich nicht. Also, zeig Trick 4. Also. Ah, scheiße, fachstum. Ja, okay, zeig. Kann ich mal rein? Ja, Digga, du zeigst Tricks, was schon jede Sau kennt, Alter. Und jetzt da unten kannst du da durchsnipen. Da unten in der kleinen Ecke. Hä, Digga, das funktioniert doch nicht. Vielleicht auch weiter. Ja, wieder kannst du da in der kleinen Ecke hier durchschieben. Äh. Ja, aber da muss der Gegner schon richtig weit entfernt sein. Oder du baust sie auf den Berkow. Das machst du am besten, wenn du eigentlich in der Luft reicherst. Äh, Buckfish. Das machst du am besten, wenn du so ganz weit oben bist und ein Holz hochgebaut hast. In der Luft kannst du dann viel besser... Okay, hör auf. Hör auf. Ah! Ah! Ich lass dich. Schau mal, ich will dich in Ruhe lassen. Hi! Nein, ich wollte dich doch in Ruhe lassen, Junge. Hör auf. Nein. Hör auf. Hör auf. Jetzt hör auf. Wir bauen wieder Metall. Das wieder mit dem Schloss. Wir bauen uns wieder hier ein. Äh, nein. Die brauche ich nicht. Die brauche ich nur so eine. Siehst du? Ja. Oder? Ja. Alles klar. Ja. Und dann... Die hier. Editieren wir jetzt auch gleich wieder. So. Eyjoh. Komm rein. Eyjoh. Wir gehen in die kleine Ecke, gehen in die kleine Ecke und macht den Spring bereit. Spring. Das war... Ich drück's. Spam springen. Ja, ich spam. Eyjoh. Komm jetzt. Eyjoh. 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 Du schaffst es. Du schaffst es. Nein. Bau einfach die Scheiße nochmal ab, Alter. Bereit? Ihr ... Ja. 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 Sehr gut. Ich sag dir gleich wie's weiter geht. Indem ich dir in Headshot geb. Achso, und jetzt halt hier editieren und kann man jetzt überall rumgucken. Ja, dann kann ich zum Beispiel hier die runter, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen wir... Warte mal, den Trick gibt es doch einfacher. Einfach jetzt irgendwo in der Nähe platzieren und dann einfach editieren, dann kann man sich hier auch überall umgucken. Ja, aber kannst du auch... Geh mal wieder da hoch, äh, Bugfish. Hi. Ja, den gibt es zwar auch in einfach, aber du kannst ja hier ganz schnell so editieren, dass du hier so auf... Und dann hier ganz schnell... Oh, scheiße. Hey, ja, Kamerabahn, dann auch. Ja, trotzdem. Schau, jetzt hast du... Kann ich dich orten... Nee, aber... Und... Trotz... Aber dann, dann ist mein Team... Aber die einen ist dann mehr gestützt. Guck mal, wie viel hältst du aus? Tötet den Kanacken! Nein, der ist Wohnhitz! Das für den Kanacken muss ich rausschneiden. Das muss ich eindeutig rausschneiden, was ich gerade gesagt hab. Also... Ja gut, der, ich gebe es zu. Da waren schon ein paar Tricks spektakulärer. Aus... Es bleibt alles so, wie es ist. Wenn's ehrlich, da hatte ich schon viel spektakulärer Tricks heute. Äh, warte, ich werd kurz... Äh, ja, ist egal. Ähm... Komm mit mir hier in die Ecke. Und mach dich zum... Und... Spring! Das... Ich gebe jetzt zu, das ist kein spektakulärer Tricks. Du könntest dann hier einfach so mit der Sniper durchsnipern. Ja, okay, aber da muss man sich auch wieder hochbauen. Warte, geh mal kurz... Hier raus! Und stell dich mal da mit dem Fuß hin. Dass man deinen Fuß sehen kann. Schnell! Ich hab Fußfetisch, komm her! Hallo! Vor's Fenster, du Tapp! Ich will vom Witz. In die Eier! Und das... Oh, das war sogar der letzte Trick. Na, okay. Dann machst du jetzt die... Ähm... Wie nennt man das? Entgrüßung? Nein, die... Abmordera... Ne, wie heißt das? Haha! Sag jetzt! Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt! Habt bei Sporch und Backfisch ad! Bis zum nächsten Mal! Tschüss! Haut rein!